Herzlich Willkommen! Farbnebelbildung ist das Thema heute bei uns. Wir kriegen regelmäßig dazu Anfragen. Leute, die mit Farbspritzgeräten arbeiten, kennen das Problem, dass es verschiedene Ursachen dafür gibt, dass es mehr oder weniger Farbnebel gibt. Wir kriegen vor allem dann Anrufe, wenn es zu viel Farbnebel gibt und wenn es darum geht, wie man diesen Farbnebel reduzieren kann. Da das ein recht umfangreiches Thema ist, haben wir uns entschieden, dazu eine komplette Videoserie zu gestalten. Insgesamt soll es dabei um acht Themenfelder gehen, um acht Videos. Hier sind wir jetzt beim ersten. Das soll dazu dienen, euch einen ersten Überblick über die einzelnen Bereiche zu geben und euch eine erste Idee zu geben, welche Möglichkeiten es denn gibt, Farbnebel zu reduzieren und wie man die Bildung von Farbnebel steuern kann. Dazu geben wir euch jetzt gleich einen Überblick. Diese Videoreihe, oder wir können es auch ein Online-Seminar nennen, haben wir in acht Teile gegliedert. Ich will euch noch schnell einen Überblick geben über die einzelnen Kapitel und über die einzelnen Videos, die ihr also in den nächsten Wochen erwarten könnt. Der erste Teil dient dazu, einen Überblick über das gesamte Themenfeld zu bekommen. Teil 2 widmet sich der Spritztechnik. Bei der Spritztechnik geht es im Wesentlichen darum, in welchem Abstand führt man die Pistole mit der Düse am Objekt oder an der Wand vorbei, welche Geschwindigkeit sollte man haben, in welchem Winkel sollte man die Pistole halten, wie führt man die Pistole, um möglichst optimalen Aufprall der Farbe auf dem Objekt oder auf der Wand zu gewährleisten und damit eben die Farbnebelbildung von der Seite der Spritztechnik, also von der Führung der Pistole, so gering wie möglich zu halten. Teil 3 widmet sich der Druckeinstellung. Hier werden immer wieder Fehler gemacht, besonders der, dass zu viel Druck eingestellt wird. Das ist ein großes Problem, das dazu führt, dass eben zu viel Farbnebel entsteht und in diesem dritten Teil werden wir uns genau damit beschäftigen und anschauen, wie man den Druck optimal einstellt, dass man ein brauchbares Spritzergebnis hat, aber trotzdem die Bildung von Farbnebel und von Overspray so weit wie möglich reduziert. Im vierten Teil unseres Online-Seminars geht es um Düsen und die Auswahl der richtigen Düsen. Hier stehen von verschiedenen Herstellern verschiedene Düsensysteme zur Verfügung, die dabei helfen können, den Farbnebel und die Bildung von Overspray zu reduzieren. Hier werden wir schauen, welche Systeme gibt es und wie setzt man diese Düsensysteme optimal ein. Zum anderen werden wir auch noch mal darauf eingehen, wie man die Düse oder die Düsengröße, den Spritzwinkel, aber auch die Bohrungsgröße und damit den Durchlass des Materials optimal auswählt, um auch hier das Optimum zu erreichen und den Farbnebel so weit wie möglich zu reduzieren. Im fünften Teil geht es um das Thema Arbeitstechnik. Hier gibt es Möglichkeiten, den Overspray und die Nebelbildung ebenfalls zu reduzieren. Eine Variante ist zum Beispiel, dass man mit geringem Druck arbeitet und dann entsprechend nachrollt. Diese Methode schauen wir uns mal genauer an und erläutern, wie man die optimal einsetzt, wie man da im Team am besten zusammen arbeitet, um hier ein brauchbares Arbeitsergebnis zu erzielen. Das Craco OFS und das Storch Leos System sind Systeme, die auf eine Lanze ein spezielles Gelenk und auch spezielle Düsen setzen, um einerseits den optimalen Winkel und den richtigen Abstand zur Wand und zum Objekt einzustellen und zum anderen aber auch durch den Einsatz spezieller Düsen den Farbnebel zu reduzieren. Das schauen wir uns mal ganz genau im sechsten Teil der Videoserie an. Im siebten Teil beschäftigen wir uns mit Airless Roller Systemen. Hier wird es im Wesentlichen gehen um zwei Systeme, eins von Craco, eins von Wagner. Recht bekannt der Craco Jet Roller und von Wagner der Inline Roller 100. Beides Roller Systeme, trotzdem von der Technik und von der Anwendungsweise etwas verschieden. Sie bieten beide die Möglichkeit, die Farbnebelbildung zu reduzieren und in diesem Teil werden wir uns anschauen, wie das möglich ist und wann man welchen Roller am besten einsetzt. Im letzten und achten Teil wird es um Heizschlauchsysteme gehen. Das ist eine Möglichkeit, um die Farbe zu erwärmen, die Farbe dünner zu machen und auch mit feineren Düsen spritzen zu können und auf diese Art und Weise auch dort eine Reduzierung von Farbnebel zu erzielen. Wir schauen uns an, welche Systeme es am Markt gibt, wie und für welche Bereiche dieses Systeme eingesetzt werden können, um die Farbnebelbildung so gering wie möglich zu halten. So, ich hoffe, ihr seid gespannt auf die folgenden Videos, die da kommen. Solltet ihr Fragen oder auch Input zu den Videos oder zu der ganzen Thematik haben, schreibt uns eine Mail oder klingelt durch. Wir sind da sehr gespannt auf euer Feedback. Wir wollen in Zukunft weitere Videoserien dieser Art machen, um euch technisch und auch bei Fragen rund um Airless-Technik da zu unterstützen. Seid gespannt. Die folgenden sieben Videos zum Thema nebelarmes Spritzen werden in den nächsten Wochen produziert und dann auch hochgeladen. Bis bald!